In der Ecke? Vilnius ist mehr so in Litauen. Ach so, okay. Oder Lettland? Ne, ist Litauen. Vilnius ist Litauen, glaube ich. Die Kamera läuft schon, die nimmt das auf. Deswegen kann man sich jetzt nur noch blamieren. Drei, ja, also. Drei, 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018